Mein erster, der hieß Hans, mein zweiter, der hieß Hans, der dritte, der hieß Friedrich, die anderen will ich nicht. Die neuesten hab ich schon, der ist ne Sensation, er spricht schon von der Haft, seit nachts hab ich viel gedacht. Warum liebt der Stadie mir, gerade mir, gerade mir, weil es sich so neu ist, dass die Rede treu ist? Warum liebt der Stadie mir, gerade mir, weil es sich so neu ist, dass die Rede treu ist? Wenn er auf mit uns der Schokolade greift, und kommt mir her, der Stadie mir, wir. Warum liebt der Stadie mir, gerade mir, gerade mir, meine Häuser bauen kann auf mir. Ja, liebe Freundin, du, was sagst denn du dazu? Der Junge ist total verrückt, sobald er mir erblickt. Und spielt er auch bei dir mit Unterkavalier? Und schon im nächsten Augenblick kommt er auf mir zurück. Warum liebt der Vladimir gerade mir, gerade mir? Weil das ist so neu, ist, als mir wenig zu ist. Warum liebt der Vladimir gerade mir und nicht dir? Bei den Augenblick nicht, wie die Macht so glücklich. Schenkt er auch mit Unterkavalier? Und doch gehört der Vladimir mir. Wie ist der Vladimir gerade mir, gerade mir? Weil er heute macht Hand auf mir. So äußerlich gesehen, ist er nicht gerade schön. Der Junge ist total verrückt, so wie kann Kaffee zu den Seen. Es sei auf seinem Haus, Gemahle ist widerstrahlend. Doch hat er mir den Weg gezeigt, denn so fliegt es auch. Warum liebt der Vladimir gerade mir, gerade mir? Weil ich aus Verlieben und der Typ für ihn bin. Warum liebt der Vladimir gerade mir? Doch nicht dir, weil er wohl begründet. Warum liebt der Vladimir, gerade mir, gerade mir? Weil er heute auch kann auch mir.